Willkommen zurück zu deinem Part. Heute mal Minecraft Trial Jump. Ich dachte mir heute spüren wir bei Trial Jump. Ich glaube es ist jetzt sogar die erste Folge Trial Jump. Außer den Stream da habe ich auch Trial Jump gebracht. Glaub ich. Im Stream. Kann sein. Habt mir diese Kerl. Ist nicht. Wenn ich es hätte könntet ihr mir das Folge. Moment schon das bringt eh nichts denn ich lad dort nichts um. Leute. Eigentlich bin ich nicht so gut in Jump Rounds. Aber das werde ich ja gleich so gut. Das werde ich ja gleich so gut spielen. Also. Eigentlich bin ich besser als GMPs. Kann ich schon so sagen. Tausend. Tausend. Tausend weniger Tokens war mein Rekord. Also. Ja. Tausend. Also wenn er 3050 hat. Tausend weniger Tokens. So viel war mein Rekord. Und da haben schon einen Fail. Ich wünsch' ich wünsch' ich wünsch' ich wünsch' ich wünsch' ich wünsch' ich wäre. Das ist ja gerade schon ein Rundspieler. Ist das? Ist das? Na ja. Das ist mir ja jetzt grad nicht passiert. Also nicht. Ja eigentlich schon ein Tricks. Ne? Hey. Ich hab diesen Sprung geschaffen. Ich hab den. Die wollte schon nicht. Im Leid. Im Leid. Ähm. 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 Wenn. Ähm. Oh Frischof ist, ist das neu? Kann sein. Wenn nicht. Ich spiel sehr selten eigentlich shit drauf. muss ich mal hier so rüberspringen ja man Hey, ich bin grad los, uuuuuhh. Gott, ich geh' sogar noch im Grab. Cool, danke. Bin ich ein Fan von. Bin ich ein Fan von, ja, ja. The End. Also, Leute, ich bin... Momentan... Nicht so gut. Bin ich eigentlich gar nicht, aber naja. Leute, was ist'n das? Ach, auuuh. Ach, Mann, oh, Leute. Nee, schnell. Scheiß, der ist nicht so. Na gut, dann. Bitte helfen Sie mir. Ich bin im Gefahren. Bin in Gefahren. Bin in Gefahren. Irgendwas. Ja, glaub ich, dass das irgendwas ist. Sieht man auch. Oh Gott, ich hab grad nichts mehr gesehen, glaube ich. Oh Gott. Oh Gott. Uiih. Genau diesen Sprung schaff' ich nicht. Niemals. Schon mal eine vierte Unit in Light. Was ist denn? Nein. Mann, bin ich nicht gut. Ach, ich bin nicht gut und schaff' zehn Units. Hm. Aber... Es waren auch nur Glück. Ganz ehrlich. Nein. Nein. Einer. 2.000 Tokens weniger als GLP. Wenn er 3.000 ist. Leute, was kann ich mir davon kaufen? Da kann ich mir nochmal eine gute Lederrüstung kaufen. Aaaaaaahhhhhh. Kaufe mir ein Eisenschwerd. Ich fahr' also gar nicht im Hotel. Dann noch Pfeile und ein bisschen Eisenwind. Das war's. Dann kann ich auch schon Slash skip. Ups. 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 So. Ah. Jetzt nicht. Ich glaub' ich hab' kein... Keine Flösterne als ich. Ui. Wenn wir den nächsten Fall ist ein Eisenschwerd. Warte. Dem auch noch. Warte mal stecken. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Klar. Warte mal. Warte mal. Ok. Na, da bin ich mir aber auch schon. Ok. Jetzt soll ich nicht Try Jump nennen, sondern Try Fail nennen. Denk ich mal. Oh, da haben nur drei Pfeile, was ist denn das? Ich bin knuddelig. Ist das? Das ist nicht ein Dreher Teamwork. Oh mein Gott. So was auch geschauen. Ok. Leute. Ok. Wir haben mehr als die Hälfte regeneriert. So. Wir haben nur noch ein Steak. Was? Und so, ich nutze mal. Ok, ich bin weg. Ich bin weg. Hand rein. Hängen wir noch eine Runde drauf? Getroffen! Oh! Oh! Na ja, nicht getroffen. Heise. Und das wird mein Ende bleiben. Ja. Ok. Das stimmt. War es das? Oder noch eine Runde drauf? Na ja, kann ich jetzt nicht fragen. Aber komm. Wieder noch eine Runde. So. Und dann sieht... Dann ist... Ah, ok. Da habt ihr Glück gehabt. Team Trajump. Team Trajump. Ja. Auf jeden Fall spielen wir jetzt gerade noch eine Runde Trajump. oder das schaffe ich mir besser. Wäre cool. Muss aber nicht sein. Gut. Das schaffe ich ohne Light. Glaub mir. Das ist für mich... so easy. Für mich zumindest. Meistens auch sogar ohne Fail. Die meisten fragen sich vielleicht drömen, aber es ist einfach auf der Kiste hin. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist... Meistens ohne Fail. Meistens aber nur. Und jetzt halte ich erstmal meine... Mein Mull. Und hier? Ich halte zwar grad nicht mein Mull. Aber... Hier fehlt mir meistens das Ziel. Das Zielblock. Und dann muss... Man... Slash... Ficks machen. Falls das mal so eine Brustel ist. Aber ich denke das Brust da. Also... Das ist nicht schwer. Ok. Ja. Kerstin Ott ist ausgeschrieben. Kerstin Ott ist ausgeschrieben. Kerstin Ott ist das nicht ausgeschrieben? Ich glaube... Das ist die Sängerin von... Die immer lacht, oder? Ich kenn mich davon nicht aus, aber ich schätze mal schon. Ach... Das... Ich... 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 äh das ist ja ok äh oh Gott hui hui ja ja auch oh ich hab schon tauslobens mehr als der ne hexe das hexenmodul hui oh oh Gott oh Gott los geil 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 was war das denn ich bin ja aber hunde und er plumscht aber plumscht was der ist schon mal zähl schilderwix schilderwix war durch blind und eselt da da was klur klasse klatsch 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 warte wollen wir jetzt auf Bungen gehen das können wir jetzt mal als sondere Folge nehmen ähm was wollen wir denn kaufen n weil wir äh äh ach guck nein ich wollte mir keine Schuhe kaufen äh so mal zaubern weh kommt jetzt so viel Steak gekauft ja ich mache Slash es klappt aber gut hm das geht ja schon los das geht ja schon los das geht ja schon los 50 und auch nicht nach ähm levy mod ich muss einfach nur optifine nur optifine mehr nicht ey ich hab ja noch unter der Plus das Blue alles ist schon ausgeschieben tsch was hat der das Jump noch nicht beendet ja ne ne du greifst ihn nicht an ey 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 nee du gehst runter ey ey ichk's flop росс floffy floffy flofhy nicht floffy warum hat mich denn der flocky getöntet nein aber o jetzt spurne ich wieder hier wo ich am Anfang oh goed nein Nein! Nein! Oh Gott! Dankeschön! Vielen Dank! Ich hoffe, da kommt jetzt viel, denn ich esse gerade Eis. Muss auch da hin oder muss ich hier hinkommen? Das denke ich schaffte aber nicht. Machen wir mal was. Mist! Nein! Och, schade. Einer? Da, mein Gott! Das glaube ich nicht. Nee. Musst du was essen? Hab Hunger. Ey, nee, nee, du gehst da wieder hin. Ehren. Dankeschön. Tschüss! Gott, warum bist du nicht da oben hier blieben? Da kommt keiner hoch, oh nein, Mann. Da hat sich einer mit Kunden drüber. Okay, leider. Ich hoffe, euch hat dieser Part Minecraft Falljump gefallen. Wenn ja, dann lass doch mal eine positive Bewertung, da würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wir schwimmen noch schnell zu, zu, zu Yacht, komm. Eine Yacht kann man sich ja auch selber kaufen. Kann man halt echt nicht. Hey, na? 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 Und dann hier rein. Und dann hier hoch. Dann sind ein bissel Jump-Rund-Skills erforderlich. Und hier ist ein Warpool. Ja gut, warte. Es sei jetzt zwar schon zum zweiten Mal, aber ich hoffe euch hat diese runde Minecraft-Shirt-Jump gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich über eine positive Bewerb.